Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft und zu einem ganz besonderen Video, denn heute werden wir ein Vorstellungsvideo sehen vom guten Alex. Und hier ist er auch schon. Tada! So, wie ihr hinter mir sehen könnt, bin ich der Alex aus dem Video mit den schönen Farben. Äh, ja, wow, Alex. Ähm, ja, was gibt's zu mir? Ich baue seit, keine Ahnung, einem Jahr. Prinzipiell mit Redstone. Äh, der Ansprüche hat mir das so ein bisschen beigebracht und seitdem weiß ich das alles so ein bisschen. Ich weiß natürlich noch viel mehr. Kreatives Bauen ist auch mit drin. Und, ja, weiteres. Redstone könnt ihr mich immer so fragen. Und, was gibt's noch zu sagen? Mir fällt gar nicht mehr so viel ein. Äh, mhm. Ist halt Minecraft. Ist halt Minecraft, genau. Alles, was man in Minecraft bauen kann, könnte ich rein theoretisch bauen. Und ich bin sehr schnell lernfähig. Ja. Und ich werde halt natürlich weiter an diesem Projekt mitarbeiten, was mir sehr viel Spaß macht. Mit Redstone zu arbeiten, macht mir sehr viel Spaß. Was ihr auch in meinen Videos sehen könnt. Äh, Ansprüche könntest du das vielleicht verlinken. Ja, das, ähm, das sehen die Zuschauer jetzt gerade. Oben über deinem Namen, da steht jetzt gerade so ein Schild und da steht jetzt Kanal von Alex und da könnt ihr jetzt draufklicken. Da kommt ihr direkt... Da, da könnt ihr draufklicken. Genau, da kommt ihr jetzt direkt zu seinem Kanal und da könnt ihr euch seine tollen Videos anschauen, die leider noch nicht so viele sind, aber da kommen auf jeden Fall noch mehr. Da kommen noch ein paar mehr. Und, ja, Redstone-Videos auf jeden Fall mehr. Let's Plays von mehreren Spielen, auch von Minecraft. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal meinen Kanal besuchen würdet und natürlich auch abonnieren, kommentieren, das Ganze. Richtig, genau. Ja, dann danke, dass du dich vorgestellt hast. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum wir dieses Vorstellungsvideo gemacht haben. Einfach nur, weil die Leute tatsächlich teilweise auf den Server gekommen sind und gefragt haben, wer denn der Alex ist. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal dieses Vorstellungsvideo. Übrigens, falls ihr auch auf diesen Server kommen wollt, euch vielleicht mal dieses Display anschauen wollt oder wir haben ja auch eine Creative Welt und eine Survival Welt, da könnt ihr auch drauf spielen. Ich werde in der Videobeschreibung, ja doch, in der Videobeschreibung, also unter dem Video einmal die Server IP rausgeben. Da könnt ihr dann einfach raufjoinen, Alex oder mich ansprechen und dann können wir da sicherlich was machen. Möchtest du noch sonst was sagen? Ja gut, ihr könnt uns natürlich immer fragen wegen Redstone, wir können euch das Ganze natürlich beibringen, ist kein Problem. Ist glaube ich immer immer zwischenzuschieben und sonst gibt es nichts weiter zu sagen. Das war's. Genau, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.